Entweder man steuert die Eisdiele um die Ecke an oder man macht eine tolle Tour draus. Also auf geht's zu Damauro in Melldorf in Detmarschen. Und immer wieder schön die Rapsfelder im Land zwischen den Meeren. Ja ich bin mal wieder mit Alex unterwegs von Alex and Friends. Der Alex der betreibt ja auch eine eigene Internetseite. Die habe ich euch mal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut einfach mal rein. Und weiter ging es unten am Nord-Ostsee-Kanal Richtung Melldorf. Und wiedersehen. Musik 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 Nach einer kurzen Pause ging es weiter über die Eiderbrücke. Und dann vorbei an den Windmühlen in Schleswig-Holstein. Angekommen bei Damao in einer wunderschönen Altstadt, da haben wir dann ein Eis und ein lecker Kaffee genossen. Von Melldorf ging es dann weiter Richtung Wacken zum Wacken-Café. Wacken-Café Damit ihr keine Videos verpasst, einfach den Abo-Button und die Glocke aktivieren.